Ich sehe schlechte Filme und ganz ehrlich, sogar in der Nacht komme ich nicht, um hin von irgendwelchen schlechten Filmen zu träumen, aber ganz im Ernst, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie liebe ich schlechte Filme ja auch. Vor allem liebe ich es, irgendwelche vergessenen schlechten Film-Klassiker aus den späten 80ern auszugraben und endlich einmal, for my viewing pleasure, in einen Player meiner Wahl wandern zu lassen. Insbesondere, wenn es dann etwas komplett obskur Absurdes ist, wie Night Screams oder zu deutsch bekannt unter dem Titel Nacht des Grauens. Dieser 1987 unter der Regie von Alan Plone, den man vielleicht kennen könnte als Regisseur von Filmen wie Phantom of the Ritz Isis oder Sweet Justice, wurde geschrieben übrigens von Dillis L. Hart II, der mit der Unterstützung von seinem Vater als Produzent hier das Drehbuch beigesteuert hat. Und das war das einzige Drehbuch, das er jemals beigesteuert hat. Dafür haben wir allerdings noch einen anderen Screenwriter, der gecredited wurde mit diesem Film, nämlich tatsächlich kein geringerer als Mitch Bryan, den vielleicht die einen oder anderen von euch kennen als Autor, von tatsächlich zwölf Episoden der klassischen Batman The Animated Series. Aber wenn ich mir sein IMDb-Profile so anschaue, dann ist der Film, der mich eher anspricht, natürlich eher neben seiner Regiearbeit zu einem Film namens Rhabarb Pie. Eher der Film Alien Transformations aus dem besten Jahr 1988. Aber was vielleicht ebenfalls interessant sein könnte, die Filmmusik stammt von einem gewissen Michael Lynn, der einerseits damals relativ oft für die Canon Film Group gearbeitet hat und damit als Supervising Music Editor oder New Music Editor für Breaking und Breaking 2 gearbeitet hat, aber auch tatsächlich im Sound Department von Filmen gearbeitet hat wie Night of the Running Man, City Slickers 2, A Nightmare on Elm Street, Freddy's Dead, The Texas Chainsaw Massacre 2, Steel Dawn oder American Fighter und dort sogar als Main Composer. Aber das ist bei weitem noch nicht das Spannendste an dem Horror-Thriller Nacht des Grauens, denn der Film ist mehr oder weniger eine gewisse Art Cut & Paste Recycling Partie, verwendet er an einigen Stellen doch einen Film im Film und zeigt uns Szenen aus dem Film Graduation Day aus dem Jahr 1981, der in Amerika von dem renommierten Label Vinegar Syndrome veröffentlicht wurde, in England von 88 Films als Teil der Slasher Classics Collection und hierzulande von Endless Classics im Vertrieb von Alive zumindest eine DVD-Premiere bekommen hat. Aber nun wieder zurück zu Nacht des Grauens. Ein wirklich unpackbarer Film eigentlich, der mit den klassischen Slasher-Versatzstücken tatsächlich auch den ein oder anderen ganz gut blutigen, ganz gut ansehbaren Mord liefert und dementsprechend natürlich damals auf der alten deutschen VHS-Kassette von Ufer nicht in seiner vollständigen Fassung zu sehen war. Das änderte sich dann erst im Oktober 2015, als der Film von Maritime Pictures eine deutsche DVD-Premiere erfahren hat und das dann auch gleich mit der ungeschnittenen Fassung. Und diese DVD erlebt jetzt fünf Jahre später im Jahr 2020, genauer gesagt am 5. August 2020 als Nummer 23 der Super Spooky Stories Collection von WMM und AVV, ein Revival im Mediabook. Und nachdem ihr wahrscheinlich, so wie auch ich, Fans von Mediabook-Veröffentlichungen seid, freue ich mich, dass ihr heute eingeschaltet habt in meiner aktuellen Ausgabe von Playzockers DVD-Check und freue mich ganz besonders darauf, euch in der heutigen Ausgabe das streng limitierte deutsche Mediabook von Nacht des Grauens näher vorzustellen. Und ja, für Cinema-Snobs wie beispielsweise Filmkritiker Roger Ebert wäre die Nacht, in der er diesen Film sieht, dann tatsächlich eine Nacht des Grauens. Aber ganz ehrlich, für mich ist jetzt diese, ähm, sagen wir mal Nacht, als ich dieses Mediabook-Cover begutachten darf, definitiv das exakte Gegenteil davon. Denn was wir hier auf dem deutschen Mediabook von WMM und AVV sehen, ist meiner Meinung nach ein absolutes Gusto-Stückl der Mediabook-Front-Cover-Kunst. Grundsätzlich sehen wir nämlich hier das alte deutsche VHS-Cover-Artwork von Ufer, das im Übrigen auch bereits für die 2015 veröffentlichte DVD von Maritim Pictures verwendet wurde. Dabei wurde das Cover aber an das DVD-Format etwas anders angepasst. Wir hatten einen alternativen Titelschriftzug, der eher so eine Art handschriftliche Krakelei war und zwischen den beiden Motiven untergebracht wurde. Außerdem wurde das Bild auf der unteren Seite des Covers gespiegelt. So wie es jetzt auf dem Mediabook-Front-Cover ist, so war es tatsächlich auch auf der alten deutschen VHS-Kassette. Und da haben wir meiner Meinung nach eine sehr gute Interpretation von diesem Cover-Artwork. Natürlich musste man aufgrund der unterschiedlichen Formate der VHS-Hülle und hier des Mediabooks ein bisschen Material entfernen, so eben beispielsweise unten unterhalb von dem zweiten Motiv wieder so einen kleinen Cast-and-Crew-Block. Ansonsten ist das Motiv aber wirklich absolut akkurat. Der Titelschriftzug, zwar ein bisschen nach unten verschoben, um auch oben ein bisschen Material entfernen zu können, ist genau derselbe, wie er damals auf dem alten Tape zu sehen war. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich auch eine sehr, sehr coole Präsentation von diesem Filmtitel. Genauso wie auch die Tagline, diese Nacht kennt kein Erbarmen, die auf der rechten Seite von dem Cover zu sehen war und ebenfalls bereits genauso auf der alten deutschen VHS zu sehen war. Grundsätzlich finde ich persönlich dieses gezeichnete Cover-Motiv wirklich absolut großartig. Vor allem der Blick von dem Typen, der hier aus der Tür raus schaut. Aber das ist wirklich absolut phänomenal gezeichnet. Man muss ja einfach nur mal auf die wirklichen Details von diesem Cover-Artwork achten. Auf die Haare, auf den Bart, auf generell die Augenpartie. Was meiner Meinung nach sicherlich etwas von dem ist, was am allerschwersten zu zeichnen ist. Und ich kann das ehrlich gesagt bei meinen Strichmaxern ja sowieso auch nicht ganz bewerten, weil ich generell nicht zeichnen kann. Aber das sieht für mich absolut fantastisch aus. Genauso das Pärchen, das hier in diesem Whirlpool zu sehen ist, ebenfalls wirklich sehr realistisch, sehr toll gezeichnet. Das Ganze, und das darf man finde ich einfach nie geringschätzen, ist ein Design aus den späten 80er Jahren, beziehungsweise frühen 90er Jahren, weil die Unterschrift von einem Künstler lautet auf das Jahr 1991. Aber damit hat dieses gezeichnete Motiv immerhin schon fast 30 Jahre auf dem Buckel und wird hier auf dem Mediabook-Frontcover in einer wirklich grenzgenialen Qualität präsentiert. Wir haben ein unglaublich scharfes, detailliertes, farbenfrohes, kontrastreiches Bild, das meiner Meinung nach in genau der Art, wie es hier auf diesem Mediabook erscheint, genauso gut vorgestern gezeichnet hätte werden können. Das ist wirklich absolut phänomenal. Phänomenal blicken wir einmal über den Spine, wo wir natürlich wie von den Mediabooks von WMM und AVV gewohnt. Einige, also einerseits die Miniatur-Version von dem Frontcover-Artwork, sehen dann den Titelschriftzug Nacht des Grauens und dann auf dem Backcover. Ebenfalls etwas, das ich bei der Super Spooky Stories Collection wahnsinnig hervorragend finde, weil während die alte DVD von Maritim Pictures ein komplett anders gestaltetes Backcover hatte, hat man sich auch hier an dem Original-VHS-Backcover von Ufa orientiert. Musste das aber natürlich eben aufgrund der unterschiedlichen Formate ein kleines bisschen bearbeiten. So gab es die Tagline, diese Nachtkennt kein Erbarmen, eigentlich noch oberhalb von dem großen Bild, das hier zu sehen war. Auf das wurde verzichtet. Aber ansonsten haben wir hier die Bildergalerie mit drei Bildern. Da ist allerdings das linke Bild ein anderes, als dort zu sehen war auf der VHS. Da wäre nämlich eigentlich dieses linke Bild in der Mitte. Das Bild, das eigentlich in der Mitte ist, dann noch weiter unten. Da hat man dann insgesamt, wenn auf der VHS vier Bilder zu sehen waren, auf eines davon verzichten müssen, um das einfach irgendwie auf das Format des Mediabook-Backcovers anzupassen. Dafür bekommt man aber sogar auch die Inhaltsangabe in genau demselben Wortlaut, was einfach immer wieder ein Detail ist, das ich persönlich bei einem solchen Retro-Nachbau einfach nur genial finde. Vor allem, weil man natürlich eben auch das neue DVD-Format nicht ganz vernachlässigen darf und eben zumindest hier auf der unteren Seite dann noch die ganzen technischen Details anbieten muss, sowie die Informationen rund um diesen Release, wo eben dann auch die Limitierung von diesem Mediabook auf eben nur 99 Stück zu lesen ist, sowie die eigene Limitierungsnummer, in meinem Fall die 79. Schauen wir jetzt einmal ins Mediabook hinein. Da finden wir eben auf der linken Seite die alte DVD von Maritim Pictures, die eben, wie bereits erwähnt, als Repack in diesem Mediabook zweitverwertet wurde. Hier sehen wir eben wieder einen Ausschnitt aus dem Frontcover-Motiv, das wir auch auf dem Mediabook gesehen haben. Dafür aber eben den alternativen Titelschriftzug, der bei der Maritim Pictures DVD eben auch auf dem Frontcover zu sehen war. Auf der anderen Seite finden wir, wie von den Super Spooky Stories gewohnt, eine Bonus-DVD mit einem komplett anderen Film. Passender Titel, muss man sagen. Wo eben der von Paragon Movies bereits veröffentlichte Film Darkest Night zu finden ist, dabei handelt es sich übrigens um einen philippinischen Horror-Thriller aus dem Jahr 2011. Jetzt können wir mal ganz kurz durch das Booklet blättern, das haben wir uns ja bereits vor kurzem bei meinem Review von Picnic in Ghost City näher angeschaut. Da handelt es sich nämlich eben um genau dasselbe Booklet, das damals für den Release der dritten Staffel der Super Spooky Stories Collection angefertigt wurde. Eben eine kurze allgemeine Einleitung enthält und dann die Inhalte, beziehungsweise einige interessante Details zur Produktion der jeweiligen Filme. Zusammengefasst 14 Filme hier in diesem Booklet vereint, so dass wir quasi eine Art Nachschlagewerk zu dem haben, was hier in der dritten Staffel der Reihe veröffentlicht wurde. Wie gesagt, aufgrund der geringen Auflage ist es hier einfach nicht möglich, individuelle Booklets für die Filme anzufertigen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Nacht des Grauens vielleicht nicht genug dafür hergegeben hätte. Aber so ist es meiner Meinung nach schon ein sehr schönes einheitliches Design, eben für die dritte Staffel der Reihe und meiner Meinung nach ein optisch sehr ansprechendes Media Book-Paket. Aber wie immer ist das Media Book per se ja nur ein Teil der Veröffentlichung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich sammle ja tatsächlich trotzdem immer noch eher die VÖs und die Cover und die Artworks und die Verpackungen als die Filme, die dann tatsächlich drinnen sind. Die sind einfach ein nettes Nebeneffekt bei Werk. Aber im Fall von einem Film aus dem Jahr 1987 ist es für mich dann trotzdem immer noch wirklich spannend zu sehen, in welcher Verfassung dieser Film dann auch im Jahr 2020 auf einer DVD zu sehen ist. Deswegen möchte ich im nächsten Segment von Playzock das DVD-Chat wie üblich einige Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer direkt zeigen. Weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alles selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, dass ich sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, die es dann rendern und auf YouTube hochladen muss, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1 zu 1 mit der tatsächlichen DVD-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber ich finde, wir bekommen trotzdem, es sich hier eigentlich um ein 4K-Video handelt und man natürlich eben die qualitativen Unterschiede deswegen nicht zu streng sehen kann, einen ganz guten Einblick in die Bildqualität von diesem Film. Und da muss man sich natürlich wieder an ein Detail erinnern, das ich ganz am Anfang von diesem Review gesagt habe, nämlich, dass es sich bei Nacht des Grauens um einen teilweise Cut-and-Paste-Film handelt, wo eben vereinzelte kurze Szenen aus dem Film Graduation Day, der noch einmal 6 Jahre älter ist, übernommen wurden, weswegen natürlich ein bisschen auch qualitative Unterschiede zwischen den neu produzierten und den, ich sag jetzt einmal, archivierten Szenen auffallen werden. Diese sind nämlich deutlich körniger, sind auch ein bisschen farbloser ausgefallen. Grundsätzlich haben wir, finde ich, bei dem Film Nacht des Grauens ein durchaus annehmbares, aber eben sehr deutlich als analog erkennbares Bild, was wahrscheinlich eben auch immer noch die einzige Möglichkeit ist, diesen Film momentan zu sehen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass von diesem Low-Budget-Slasher irgendwo noch eine Filmkopie erhalten ist, die man auch eventuell für eine Blu-Ray-Kopie aufwerten kann und aufbereiten kann. Für den Fall, dass das irgendwann einmal passiert, kann man ja immer noch upgraden, aber wie gesagt, ich halte es nicht besonders wahrscheinlich. Bis dann sollte man sich auf jeden Fall mit der hier vorliegenden Bildqualität begnügen können, weil gemessen an dem Alter des Films, gemessen natürlich auch an der Obskurität, beziehungsweise dem damals bereits sehr niedrigen Produktionsbudget, ist das meiner Meinung nach eine akzeptable Präsentation in Sachen Bildqualität. Ja, die Farben sind ein bisschen zurückhaltend, die Kontraste ein bisschen steil ausgefallen, was vor allem durch leichte Überstrahlungen im Bild auffallen könnte, aber die Schärfe ist eigentlich gemessen an dem, was hier als Ausgangsmaterial vorliegen hat müssen, durchaus annehmbar und eben Fans von obskureren Filmen aus den 80er Jahren werden sich mit diesem Bild durchaus anfreunden können, weil vor allem, nachdem der Film ja Nacht des Grauens heißt, ist ja ein großer Teil des Films vor allem dann gegen Ende tatsächlich in der Nacht spielend und da muss man dem Transfer eben tatsächlich zugute halten, dass hier in den dünkleren Szenen doch auch tatsächlich immer noch eine gewisse Durchzeichnung des Bildes vorhanden ist und man eben nicht irgendeine schwarze Masse sieht, wo man nicht mehr erkennen kann, was eigentlich passieren könnte, was man ja bei Filmen aus der Zeit dann tatsächlich doch auch öfter antreffen könnte. Hier allerdings ist das Bild für das, was der Film ist und für das, was der Film darstellt, meiner Meinung nach durchaus gelungen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich persönlich freue mich immer wieder, wenn ich meine Sammlung an obskurem Slasher-Material, insbesondere natürlich, wenn das Ganze dann noch so weit geht, und man sich einfach in bester Godfrey-Hulk-Cut-and-Paste-Manier noch von einigen Szenen von anderen Filmen was geborgt hat, dann freut sich mein Sammlerherz. Und ja, ich habe das vorher vielleicht ein bisschen zu abrupt gesagt, selbstverständlich bin ich auch an den Filmen interessiert, die in den verschiedenen Verpackungen enthalten sind, aber meiner Meinung nach ist es dann trotzdem so, wenn man einmal als Filmsammler agiert und wenn man dann verschiedene Reihen komplett haben will, dann verkommt der Film einfach zu ein bisschen einem Beiwerk, weil man halt dann doch einfach teilweise genötigt ist, den selben Film in verschiedenen Editionen hat und dann auch vielleicht ein Upgrade von einer Edition auf die andere vornehmen muss. Und das könnte ja einigen von euch eben jetzt auch bevorstehen, nachdem der Film Nacht des Grauens jetzt von WMM in einem Mediabook-Repack veröffentlicht wurde. Ja, die DVD, die enthalten ist, ist zwar grundsätzlich dieselbe, die vor fünf Jahren bereits von Maritim Pictures erschienen ist, aber wir bekommen meiner Meinung nach ein wesentlich schöner, wesentlich besser aufbereitetes Frontcover-Artwork, vor allem eben auch ein Mediabook, das vorne und hinten sehr schön an die alte deutsche Videokassette von Ufa angepasst wurde. Eine sehr schöne, einheitliche Reihe, die es meiner Meinung nach eben gerade für Fans von Low-Budget, B-Movies und obskureren Titeln wirklich lohnt, in dem eigenen Regal zu landen, sodass hier eigentlich ein Upgrade durchaus lohnenswert wäre. Aber wer diesen Film noch gar nicht gesehen hat und eben einen ähnlichen, schlechten Filmgeschmack hat wie ich, der sollte sich diesen Release sowieso gönnen, aber sollte damit definitiv nicht allzu lange warten, denn wie die meisten Titel aus der Super Spooky Stories Collection, ist dieses Mediabook auf nur 98 Stück limitiert, weil, ah, ich hab schon, ich, das wird definitiv nicht mehr lang verfügbar sein. Falls ihr jetzt Interesse habt, würde ich mir das eher schneller als langsamer bestellen, aber meiner Meinung nach ist das, was WMM hier aus dem Titel rausgeholt hat, in Sachen Verpackung, in Sachen Aufbereitung, und vor allem eben für diese für mich sehr lobenswerte Reihe definitiv einen Kaufwert.